Willkommen Geboren am 10. Januar 1912 in Oberösterreich. Gestorben am 24. Januar 1948 in Krakau. Sie war eine Oberaufseherin im Frauenlager des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und des KZ Ravensbrück. Mandl gilt als verantwortlich für die Tötung tausender weiblicher KZ-Häftlinge. Sie wurde 1948 als Kriegsverbrecherin in Krakau gehängt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017